Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir starten heute mal wieder rein mit einem EM2020 bzw. jetzt EM2021 Video und zwar mit dem bekannten Transfermarkt.de Spiel What's My Well You. Ich habe es um ehrlich zu sein noch nie gespielt, aber ich habe gesehen auf der Startseite, es gibt aktuell ein EM2020 What's My Well You und da habe ich gedacht, da passt es doch ganz gut, dass wir hier mal rein starten. Ich weiß auch nicht, wie schwer das Ganze sein wird, ich würde einfach mal sagen, wir starten mit Easy rein, da ich dann hoffe, dass wir einfach Marktwerte haben, die unter 10 Millionen sind und dann über 50 Millionen immer abwechselnd, dann wäre es recht in Ordnung, sage ich mal. Was haben wir hier eigentlich noch? FIFA 2021 Ratings, dann haben wir hier noch Wertvollste Spieler der Welt und Legenden des 21. Jahrhunderts. Sehr, sehr interessante Sachen, muss man ganz ehrlich sagen. Und vorab, falls dir das ganze Video gefällt, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen, würde mich mega supporten und wenn du allgemein an Fußball interessiert bist, dann lass natürlich auch liebend gerne ein Abo auf diesem Kanal da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt rein starten. Kurz vorab noch, checkt gerne auf diesem Kanal den Community-Tab ab, denn dort gibt es aktuell die Prediction, eure Community-Prediction zur EM. Da werde ich bis 16, 17 Uhr die Gruppenphase noch laufen lassen. Das bedeutet, ihr könnt da jetzt aktuell, alle Gruppen sind schon offen, dass ihr könnt für jede einzelne Gruppe schnell abstimmen gehen. Und dann werden heute wahrscheinlich dann ab 17, 18 Uhr die K.O.-Spiele, die ersten, also die Achtelfinal-Partien, gelauncht. Das bedeutet, da könnt ihr abstimmen im halben Stundentakt oder so, dass wir die heute vielleicht sogar noch alle online kriegen und dass wir morgen da schon mit dem Titelfinale starten können. Denn ich würde das Video ganz gerne morgen schon online kriegen. Und das bedeutet, wir müssen uns da jetzt recht ranhalten mit den Predictions, damit das Ganze, ja, ich sag mal, durchgeht vor der EM, damit es wirklich eine Prediction ist. Also stimmt gerne jetzt noch im Community-Tab ab und checkt das auch die nächsten zwei, drei Tage immer mal wieder aus, dass ihr dort auf jeden Fall die Information kriegt, wenn dort was Neues hochgeht. Ich weiß gar nicht, wie es mit der Glocke funktioniert. Wenn ihr vielleicht die Glocke anhabt, kriegt ihr sogar die Info auf euer Handy und könnt dann direkt abstimmen. So, wir starten rein ins Spiel und zwar mit Jukus Lug gegen Bernd Leno und da haben wir 7,5 Millionen zu circa 20 Millionen, denke ich mal. Und damit Bernd Leno auf der richtigen Seite, 22 Millionen aktuell Mark wert. War das ein richtiger Satz? Ich glaube nicht. Der nächste ist Heuberg und bei Heuberg, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das recht schwierig. Ich kann schon mal vorab sagen, die Premier League ist so die Liga, die ich tatsächlich am wenigsten verfolge im Fußball und er spielt bei Tottenham, deswegen rechne ich mit einem Marktwert von 30, 35 Millionen und damit höher. Wir werten einfach mal so ab und da haben wir ganz gut geschlussfolgert und Heuberg ist aktuell höher bewertet. Zoller sollte definitiv niedriger bewertet sein. Aktuell 7 Millionen wert und damit geht es weiter mit Robert Sanchez. Das ist recht eng. Ich glaube nämlich auch, dass sein Marktwert knapp unter 10 Millionen liegt und ich glaube ja nicht bei 8 Millionen, 9 Millionen, um ehrlich zu sein. Damit ist mir das eigentlich zu eng. Ich dachte, Easy ist recht eindeutig. Ich sage jetzt mal höher, deswegen, ich hätte wie gesagt 8, 9 Millionen geschätzt, aber dadurch, dass das jetzt hier in Easy drin ist, denke ich, er wird bei 10, 15 Millionen liegen, also eher so 12, 13 vielleicht. Wir sagen mal höher und er ist bei 8 Millionen bewertet. Und das ist Easy, weil das so dicht zusammen ist? Ich weiß es nicht. Lucas Hernandez, das ist für mich eher Easy, ist auf jeden Fall höher bewertet. Ich weiß gar nicht, wie sein aktueller Marktwert ist, aber auf jeden Fall höher. Ich weiß es aber nicht, wie er aktuell steht. 45 Millionen, ich war der Meinung, Lucas Hernandez, glaube ich, 45 Millionen und Pavard 35 Millionen, so müsste es stimmen. Dann haben wir Anthony Lopez, der so um die 10 Millionen liegen müsste. Ich denke mal so 8 Millionen, also Tick unter 10 Millionen hätte ich jetzt geschätzt, deswegen niedriger, er ist über 10 Millionen sogar noch. Das heißt 14 Millionen, ich hätte gedacht, der ist schon mehr nach unten gegangen. Weiter geht es mit Hakan Chalanoulu, der auf jeden Fall höher ist. Bewertet sein müsste, aktuell 35 Millionen Marktwert, auch Ex-HSV-Spieler gewesen. Und dann machen wir weiter mit Schmeichel, auch nicht mehr der jüngste Torwart, deswegen eh schon vom Marktwert ein bisschen niedriger angesiedelt und aus dem Grund müsste er recht deutlich hier auch unter Hakan Chalanoulu liegen. Aktuell 6 Millionen Marktwert. Dann haben wir Minks und das ist so einer der Spieler, wo ich wirklich nicht so viel Plan habe. England und Premier League ist einfach echt nicht meins und ich bleibe trotzdem dabei, höher als 6 Millionen wird er auf jeden Fall sein. Er steht bei 30 Millionen und damit deutlich darüber. Weiter geht es mit Viktor Lindelöf und das ist jetzt eine schwere Entscheidung für mich. Ich hätte ihn jetzt auf 25 Millionen, 20 Millionen geschätzt, aber ich denke eigentlich sogar, dass er höher ist. Er ist wieder ein Spieler, den ich jetzt nicht so auf dem Schirm habe. Ich denke eigentlich höher. Mein Kopf sagt, es müsste höher sein, aber mein Herz sagt, es ist niedriger und es ist niedriger. 20, 25 Millionen, da war sogar mein erster Tipp ganz gut. Also 6 Millionen auseinander ist recht eng, aber wir sind auf der richtigen Seite. Und dann machen wir direkt weiter mit dem Nächsten. Der ist wieder recht easy, ich weiß zwar nicht, wo er aktuell steht. Dragovic, was weiß ich, 4 Millionen oder sowas in die Richtung. Auf jeden Fall niedriger und er steht bei 3,5 Millionen. Damit auch der Tipp wieder nicht schlecht. Dann haben wir kurz wahr, da muss man nicht viel drum herum reden. Das ist recht deutlich, 20 Millionen. Sowas habe ich eigentlich gedacht, wäre er hier dieses Spiel so. Immer zwischen unter 10 Millionen zu über 10 Millionen switchen. Aber es ist doch ein bisschen schwieriger. Weiter geht es mit Mats Hummels. Der ist auf jeden Fall niedriger bewertet, aktuell bei 12 Millionen. Liegt aber größtenteils auch an seinem Alter, da er nicht mehr der Jüngste ist. Martin Hinteregger ist auf jeden Fall ein bisschen jünger. Und deswegen sage ich auch höher bewertet aktuell. Zwar recht eng, nur gut 50% Aufschlag, aber 18 Millionen ist jetzt auch nicht so deutlich. Und dann gehen wir irgendwo hin, wo ich leider nicht so viel Ahnung habe. Und zwar zu Nikola Vlasic. Und das ist schwer für mich. Ich hätte jetzt geschätzt, Ticken niedriger vielleicht. 15 Millionen? Könnte aber auch 20 Millionen sein. Also genauso, ich hätte ihn, wäre es jetzt deutlicher gewesen, wäre es einfacher. Ich hätte ihn genauso um den Dreh wie Hinteregger geschätzt, da ich da nicht so wirklich Plan habe. Er ist aber für Kroatien nominiert und Kroatien hat im Mittelfeld jetzt nicht so schlechte Spiele eigentlich. Und aus dem Grund sage ich, knapp niedriger. Ich sage 15 Millionen, er steht bei 30 Millionen. Oh mein Gott. Und Marktwert 1,5 Millionen. Also wir sind auf jeden Fall niedriger bewertet als Vlasic. Aber fürs allererste Mal bin ich jetzt gar nicht mal so unzufrieden. Und ich würde sagen, wir starten direkt, nachdem ich mir einmal was zu trinken geholt habe, ins zweite Mal rein. Und damit ihr wisst, dass ich jetzt nicht hier in 5 Runden dazwischen reingestartet bin, seid ihr natürlich nicht auf den alten Stand und wir starten gemeinsam rein. Und was mich interessieren würde, was ihr gerne mal, ihr könnt auf jeden Fall ein Like da lassen, das habe ich schon gesagt, den Community-Tab abchecken, ein Abo da lassen und in die Kommentare schreiben, was für euch die schwierigste Paarung hier war. Das würde mich mal interessieren. Was war für euch die Paarung, wo ihr am meisten Probleme hattet? Das würde mich mal interessieren, da ich denke, dass da ein Großteil komplett was anderes rauskommen wird und jeder woanders seine Schwierigkeiten hat. Und aus dem Grund würde mich das mal sehr, sehr interessieren. Dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Gut, N'Golo Kante gegen Pavlenka ist recht easy, denke ich mal. Da wird auch keiner seine Schwierigkeiten haben. Das wird auf jeden Fall N'Golo Kante gewinnen und damit höher stehen. Dann haben wir als nächstes Kyle Walker. Da weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht, wo er bewertet ist. Ich weiß aber auch, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Kante jetzt war auch nicht mehr, aber von Kante hört man einfach insgesamt mehr. Und deswegen sage ich, ist das hier niedriger, sogar die Hälfte niedriger. Wie gesagt, Premier League so ein bisschen schwierig für mich, aber auf jeden Fall bei solchen Spielern auch noch gerade so eben machbar. 28 zu 55 Millionen ist dann doch schon recht deutlich. Hier haben wir auch noch mal ein Viertel gerade mal des Markwertes. Dann haben wir Sefirovic, bei dem ich jetzt auch Probleme habe, um ehrlich zu sein. Das sind schwierigere Sachen als beim letzten Mal für mich persönlich. Ich würde jetzt sagen, jetzt knapp höher bewertet. So 9, 12 Millionen sowas in den Dreh. Deswegen sage ich höher. Und er liegt bei 14 Millionen. Und damit das Doppelte von Zollai. Dann haben wir Veindal. Oh mein Gott. Spielt bei AZ Eikmar, wenn ich das hier richtig sehe im Hintergrund, oder? Ich kann das Logo nicht mehr erkennen, um ehrlich zu sein. Ich sage jetzt einfach mal, das will ich aber gleich mal sehen. Er ist wahrscheinlich ein Talent. Das heißt, er könnte so genau in dem Dreh bewertet sein. Holländische Talente werden gerne eher höher bewertet. Deswegen sage ich, er ist 15 bis 20 statt 10 bis 15. Ich sage, er ist 15 bis 20 und damit höher. Er ist 17,5. Das war genau die richtige Schlussfolgerung. Aber wie gesagt, den will ich mir jetzt einmal angucken. Also bei AZ Eikmar waren wir schon mal richtig. Und wir haben Glück, denn vor der Saison wäre er auf jeden Fall noch niedriger bewertet in der Saison als... Ich weiß nicht, warum er es hier immer so rumbackt mit Cognito Tapp. Aber er hat jetzt vor der Saison auf jeden Fall sein Markt wird gut erhöht. Er hat auch alle Spiele gemacht. Sechs Vorlagen als Außenverteidiger mit 21. Sehr, sehr interessanter Mann. Damit wird er, ja ich habe es ja schon gedacht, wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen Klub in Verbindung gebracht. Bisher steht hier zwar nur Barcelona, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Mann. Und Spielerberater auch noch Mino Raiola. Dann haben wir als nächstes wieder was recht Einfaches. Und zwar, das Grinjahr sollte 3-4 mal so viel wert sein. 55 Millionen, 60 Millionen, 65 Millionen, sowas in dem Dreh. Und damit auf jeden Fall höher. 60 Millionen aktuell bewertet. Ich bin gespannt, ob wir unseren Highscore nochmal knacken können. Guedes ist glaube ich in letzter Zeit sogar nach unten gegangen. Ich glaube, der war schon mal bei 35, 40 Millionen. Ich glaube aktuell, entweder habe ich was Falsches im Kopf oder ich weiß es ganz genau, warum auch immer. 22 Millionen ist meine Schätzung. Okay, ich habe was Falsches im Kopf. 25 Millionen, aber wir sind auf jeden Fall eng da dran. Bei Oliveira weiß ich tatsächlich die Marktwert ganz genau. Und ich kann euch auch sagen, woran das liegt. Und zwar liegt das Ganze an Comunio, dass ich mit Freunden spiele und da der Spieler auf dem Transfermarkt war. Und dass ich mich deswegen mit dem Spieler beschäftigt habe. Wäre ansonsten eine echt enge Kiste gewesen, um ehrlich zu sein. 25 zu 19 Millionen ist schon sehr, sehr eng. Aber 19 Millionen ist dementsprechend niedriger als 25 Millionen. Weiter machen wir mit Ousmane Dembélé nicht viel reden. Direkt klicken, 50 Millionen aktuell. Ich wusste Mehrwert. Ich weiß aber bei Ousmane Dembélé, das ist andauernd ein Auf und Ab. Zuletzt eher Ab als Auf. Aber bei Ousmane Dembélé ist alles mal da. Jetzt aktuell 50 Millionen scheinbar bewertet. Und damit haben wir unseren niedrigsten bisher. 500.000, Michael Lustig. Und damit, oh nein, muss der nächste noch höher bewertet sein. Ben Cabango. Der wird nicht so hoch bewertet sein, aber höher auf jeden Fall. 7 Millionen. Ich habe jetzt geschätzt so 5 Millionen. Aber wäre das jetzt enger gewesen, hätte ich das wahrscheinlich verhauen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir Alexandre Golovic, der auch höher bewertet sein müsste. Ganz genau 4 Millionen drüber, wollte ich schon sagen. Das Vierfache darüber. Insigne sollte nach unten gehen. Aber wo steht er aktuell? Das ist die Frage. Ich hätte jetzt auch geschätzt so im 20er Bereich. Mein Gott, das ist nicht einfach. Da muss ich tatsächlich kurz überlegen. Bei Insigne ist das richtig, richtig schwer. Ich würde jetzt schätzen, er ist 25 Millionen bewertet. Aber es könnte auch sein, dass er 30 Millionen bewertet sein. Ich bin zwischen 25 und 30 Millionen, das ist genau die bescheuerte Grenze. Er könnte auch noch bei 40 Millionen stehen. Aber auf jeden Fall geht es bei ihm schon nach unten. Aber ich weiß nicht, wo er aktuell steht. Da ich auch nicht weiß, wann es das letzte Update in Italien gab. Ich glaube, es gab jetzt auch ein 4-EM-Update. Und damit... Ich sage, er ist aktuell noch bei 30, come on. Bei 48 sogar. Oh mein Gott. Ich habe mich ja so total verschätzt. Er ist noch bei 48 Millionen bewertet. Okay. Dann haben wir jetzt Alder Varelt. Der ist auf jeden Fall darunter. Der ist nämlich auch schon gut nach unten gekommen. Steht aktuell bei 11 Millionen. Und damit jetzt der entscheidende Guess. Da haben wir Akanji. Das weiß ich sogar, wie er bewertet ist. Der steht aktuell bei 30 Millionen und damit höher. Und damit sind wir an unserem vorherigen Highscore vorbei. Jetzt würde ich gerne die 20 Millionen knacken. Gakpo sollte niedriger bewertet sein. Ist da 15 Millionen bewertet, sowas in dem Dreh? 18 Millionen sind wir aber auch auf der recht richtigen Seite, würde ich behaupten. Denn dann haben wir Loth. Ich bin ehrlich, ich kenne den Spieler jetzt nicht mal unbedingt. Und deswegen sage ich niedriger, weil der einfach niedriger bewertet sein muss. Er ist ein Sechstel davon bewertet. Damit deutlich niedriger. Gerard Moreno, einfach weil er Spanier ist, wird er schon höher bewertet sein. 40 Millionen aktuell. Spielt auch eine unfassbare Saison übrigens bei Villarreal. Ich weiß jetzt nicht, ob er im Finale auch getroffen hatte, aber ich glaube, der Mann hat insgesamt in der Saison 30 Tore. Lasst mich lügen. Ich schaue das Ganze gerne an. In neuem Tab öffnen, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, der hat in der Saison 30 Tore oder so geschossen. Ja, man müsste schreiben können, aber ich glaube, der hat in der Saison 30 Tore oder sowas geschossen. 23 Tore, 30 Tore, 31. Sind wir ganz gut. 31 Tore in der Saison geschossen. Sehr, sehr starke Saison. Kimmich, ein Spieler, ich weiß, dass der höher bewertet ist. Er liegt bei 90 Millionen aktuell, aber ist ein Spieler, den ich mir schon längst im dreistelligen Millionenbereich wünsche. Der ist einfach, der wird jeder Mannschaft so weiterhelfen. Der hat so eine Dominanz auf dem Platz oder so eine Präsenz auf dem Platz. Da muss er eigentlich schon dreistellig im Millionenbereich sein. Ist allerdings hier bei Transfermarkt bei 90 Millionen. Und deswegen natürlich darüber. Der nächste wird auf jeden Fall darunter sein. Das hätte ich schon sagen können, bevor das Ganze jetzt hier reinkommt. Trippier aktuell bei 20 Millionen und damit haben wir die 20 geknackt. Das heißt, wir sollten jetzt auch schon einen Marktwert von, was weiß ich, 2,5 Millionen haben. Andrea Belotti knapp höher. 35 Millionen, 40 Millionen oder noch mehr. Ich weiß es nicht. 35 Millionen. Jetzt stehen wir auch auf der richtigen Seite. Sehr stark. Also aktuell kommen wir mit unseren Guasses ganz gut ran. Dann haben wir Livakovic. Keeper von Kroatien, der auch recht stark ist. Muss man ganz ehrlich sagen. Ist ein recht starker Keeper, den ich auch gerne bei einem Top-Club langfristig sehen würde. Ich weiß nicht, ob bei dem schon irgendwas fix ist, dass er irgendwann wechselt. Würde ich mir ganz gerne auch dann nochmal anschauen. Aber er ist auf jeden Fall niedriger bewertet. Ich weiß jetzt nicht, wie er genau bewertet ist. Es ist ja bei 18 Millionen sowas in dem Dreh. Okay, auf jeden Fall niedriger 15 Millionen. Ich schaue aber auch nochmal in einem neuen Tab direkt mal an, ob es bei dem irgendwelche Gerüchte gibt. Weil der wirklich interessant sein könnte für den einen oder anderen Klub. Ist jetzt schon 26, also für einen Keeper im besten Alter eigentlich. Aus dem kann noch alles werden. Aber es gibt doch, Lille gibt es Gerüchte. Ich glaube aber bei Lille ist Lille das mit Nübel. Ich bin mir nicht sicher gerade. Es könnte sein, dass ich durcheinander komme, weil aktuell recht viel mit Fußball ansteht. Aber Lille könnte auch an Nübel interessiert sein. Dann haben wir von Nordmazedonien Pandev. Und ja, der ist auf jeden Fall niedriger bewertet. Ist 500.000 das niedrigste, wie die hier sein können. Dann hätten wir das jetzt auf jeden Fall schon zweimal erreicht. Jordan Pickford 22 Millionen darüber. Und dann haben wir Suyuncu. Der ist, glaube ich, das Doppelte genau. Nicht genau, 45 Millionen, glaube ich. Und da steht er auch bei 45 Millionen aktuell. Dann haben wir E.K. Gündogan. Oh mein Gott, das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Ist er bei 30 Millionen? Bei 35 Millionen? Ich glaube niedriger als Suyuncu. Da er einfach schon ein gewisses Alter erreicht hat. Er ist bei 40 Millionen. Okay, mit 35 Millionen wären wir gut gewesen. 30 Millionen sind wir ein bisschen weit weg. Aber auf jeden Fall ist niedriger richtig. Zwar sehr, sehr knapp. Aber niedriger ist die korrekte Wahl gewesen. Genauso wie jetzt Rui Patricio. Ich hätte 12, 14 Millionen geschätzt. Und er ist darunter. Und jetzt haben wir es schwer. Zollai. Salai. Wie auch immer. Ungarn. Ich hätte jetzt gesagt, Ungarn ist darunter. Er spielt bei Freiburg. Seitdem der HSV abgestiegen ist, muss ich sagen, so viel 1. Liga verfolge ich nicht wie davor. Ich verfolge jetzt eher die 2. Liga. Ich sage aber erst drunter. 8 Millionen? 13 Millionen? Oh mein Gott. Shit. Knapp dran wieder. Aber ein Marktwert von 11,5 Millionen. Und damit haben wir unseren Score von eben übertrumpft. Und ich würde jetzt sagen, wir wechseln nochmal den Modus und gehen nochmal rein in Hart. Davor will ich mich einmal über Zollai informieren, weil das einfach so, keine Ahnung, meine Intention ist, dass ich dann ein bisschen mehr über den Spieler noch herausfinde. Und das will ich mir jetzt einmal kurz reinziehen. Dann geht es jetzt in die schwere Version rein. Und das ist schwer. Ich weiß nicht, ob das nur der Unterschied ist, dass hier dieses Gleichzeichen steht. Dieser Salai, ich habe es gerade geguckt. Und zwar, ja, war er bis zum 1.6. tatsächlich, hätten wir dieses richtig getippt, mit den 8 Millionen sowas in dem Dreh. Aber er wurde von 9 Millionen auf 13 Millionen aufgewertet. Und damit ist unser Gäst ins Falsche gelaufen. Einfach, weil er vor 8 Tagen oder sowas, welchen haben wir heute? Ich will einmal kurz gucken. Wir haben heute den 9. Also vor 8 Tagen wurde er aufgewertet. Sehr, sehr stark. Und damit ist unser Gäst leider ins Leere gelaufen. Hier fangen wir bei Schwer schon mal relativ leicht an. Mit Raphael Varane. Dann haben wir einen Golokante. Der auf jeden Fall niedriger ist. Wie lange nehmen wir schon auf? Wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Jokoslo auch darunter. Bei Schwer ist das der einzige Unterschied, dass es jetzt einen Gleich-Button gibt. Kommt mir gerade so vor. Weil schwerer ist es jetzt bisher nicht. Aber es kann noch kommen. Bevor ich mir jetzt hier zu weit aus dem Fenster lehne, gehe ich jetzt hier noch keine Diskussion ein. Erstmal gehen wir bis 10 hoch. Und dann sagen wir, dass es vielleicht die gleichen Gäste sind. Und es bisher tatsächlich sogar einfacher ist, um ehrlich zu sein. Das sind bisher so easy Sachen, die wir hier als Vergleich kriegen. Es kommt aber wahrscheinlich noch was Schweres. Aber bis 10 würde ich jetzt ganz gerne hier auf schwer einmal durchrushen. Und dann können wir uns vielleicht hier ein bisschen über die Spieler auch unterhalten. Giroud gestern Doppelpack. Ich nehme es hier direkt live heute auf, damit ihr Bescheid wisst. Da haben wir Lorente 60. Ne, 80 sogar schon. Lorente auch starke Saison bei Atletico gespielt. Du Bois 16 Millionen aktuell. Wir sind schon bei 10. Wir sind sogar schon bei 11. Wir rushen aber weiter mal durch. Daniel James. Ticken höher 18 Millionen oder so. Das war der erste schwere Guess. Und ich dachte, Du Bois wäre bei 11. Deswegen habe ich es so schnell gemacht mit 18 Millionen. Sonst hätte ich wahrscheinlich zweimal drüber nachgedacht. Und Neuer ist auch schwer. Der wurde schon ordentlich abgewertet. Der ist vielleicht sogar genau bei 18 Millionen. Nice. Oh mein Gott. Das waren jetzt zwei schwere Gäste. Das muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht für euch nicht. Aber da wird jeder auch was anderes empfinden. Aber dass das 18 Millionen jetzt genau waren. Ich glaube, Palinja ist ein Tickchen höher. Wie gesagt, wenn wir jetzt ausscheiden, das ist das Ende. Ich glaube, Palinja steht bei 25 Millionen sowas in den Dreh. Und er ist auch bei 18 Millionen. Kriegen wir direkt mal doppel 18 Millionen reingedrückt. Damit wäre es das jetzt hier gewesen mit What's My Way You. Falls euch das Ganze gefallen hat. Falls ihr sowas vielleicht häufiger zu den anderen Kategorien sehen wollt, die es hier noch gibt. Es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viel Auswahl. Dann lasst gerne einen Kommentar da. Schreibt mir in die Kommentare, was euer Guest war, wo ihr ausgeschieden wärt. Ich weiß, alle wissen es sowieso besser. Das wird eh das Fazit in den Kommentaren sein. Aber für die Ehrlichen unter euch, schreibt gerne unter, was war für euch das Schwierigste? Wo seid ihr vielleicht ausgeschieden? Würde mich auf jeden Fall interessieren, was da so die Schwierigkeiten sind. Und dann denkt an den Community-Tab, da noch abzustürmen, was denn aktuell jetzt in der Gruppenphase, wie es hier letztendlich ausgeht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für mehr. Ja, und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo auf dem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.